So und damit willkommen zum Summon Video von ja vom Kaleid Friesen Ilya Banner, oder Kaleid Friesen Ilya, passt schon, oder eben Fake Grand Order in dem Fall und ich habe vor einer Weile schon mal ein Single gemacht, da habe ich jetzt, also mittlerweile habe ich alle Crafting Essenzen, aber wir schauen, ob wir heute nicht mal tatsächlich auch Ilya kriegen. Ich werde vier Multi Summons machen, danach keine Singles mehr oder sowas, weil die restlichen werde ich mir aufheben und dementsprechend schauen wir mal rein, ob wir das kriegen. Ah ja, bevor wir das machen, ich will mal kurz mal die Summon Rates zeigen, weil wir haben technisch, glaube ich, eine 7-prozentige Chance, sie zu kriegen. 1% Chance, sie überhaupt einen 5-ten Charakter zu kriegen, das ist, das heißt, wir haben, ja, wir decken halt quasi 40 Karten ab, ist es eine gute Möglichkeit, dass wir keine rausziehen, aber es ist halt immer so eine Sache, man kennt das ja. Und von diesen Charakteren haben wir auf fünf Stellen, also von diesem 1% ist nochmal 70% Chance, dass wir Ilya ziehen, ja, und der Rest erklärt sich von selbst. Und so ansonsten haben wir halt noch Healer und so weiter. Alter, ich glaube, werde ich demnächst krank, so wie ich mich anhöre. Scheiße, die waren dann. Egal, dann stellen wir jetzt nicht mal rein. Was hört, Backward Musik läuft, das ist übrigens von Atelier Sophie, also Alchemist, Alchemist of the Mysterious Book. Das, ähm, ist das, ich glaube, dass ich das Main-Team bin, bin ich sicher. Springwind Skylark, heißt das, ähm, Lied. So, Spiel machst du weiter oder schmeißt du mich raus? Ach nee, stimmt ja, ich habe mir den Daily noch nicht abgeholt, der wird mir jetzt wahrscheinlich erst mal in den hier reinschmeißen, ja genau. Scheiße. Das habe ich voll vergessen. Okay. Ein super Plan. Echt mal. Ah, jetzt aber. So, ich werde das mal durchlaufen lassen, wir haben halt ein bisschen Zeit dafür. Ein Wilder, was für ein Pech, dass aktuell keine Wilder gefeatured sind, sonst könnte man da ja mal hier irgendwie was Blitziges rauskriegen, quasi. Tja. Noch ein Wilder. Hm, Medusa. Das ist voll verrückt mit den Drei-Sterne-Charakteren, die Braushaltung im Normalfall echt nicht mehr. Ein Berserker. Oh, ein Vier-Sterne-Berserker. Und... Das müsste meine zweite Frankenstein sein. Dann haben wir hier eine Useless-Vier-Sterne-CE. Alter, ich muss mal überlegen, hätte man meinen Fernseher putzen. What the fuck? Scheiße, die Wand an, Alter. Fuck, Mann. Ah, ein Drei-Sterne-Archer. Ich weiß gar nicht, kann man aus dem Banner immer ob männliche Charaktere ziehen? Ich glaube fast nicht. Ah, dann nochmal ihre Crafting-Essence. Habe ich jetzt zwar auch schon einmal gehabt, aber die nehme ich immer wieder gern. Kann ruhig noch dreimal doben. Aber dann bitte auch trotzdem fünfstelle Charakter, ich dachte, wo bin ich. Ah, ein Caster, den kein Schwein braucht. Aber ich glaube, sie hatte sowieso eine erhöhte... Hatte sie eine erhöhte Dropwild? Ne, das war die andere, ne? Und was haben wir denn hier? Noch ein Drei-Sterne-Caster. Nein, ein Vier-Sterne-Caster. Wow. Zwei-Bills-Animationen hatte ich überhaupt noch nicht. Oh, das müsste meine Älstern-Helena sein. Ich meine, ich hoffe zwar immer noch auf die Fünf-Sterne-Charaktere, aber... Naja... Immer noch besser als nix, ne? Ich könnte... Es könnte ja auch locker sein, das sieht doch komplett bei leer aus. Also, das ist halt... Was für das Schlimme ist, ist, dass ich so viele verschiedene Crafting-Essence vom Event... Äh, nicht... vom Nicht-Event kriege. Auf drei-Sterne-Basis. Ja, die habe ich leider schon. Waren das jetzt alle? Ja, das war der Erste. Also, technisches Sehen kann ich nicht... Kann ich mich nicht beschweren. Ich habe einen neuen Charakter gekriegt. Das ist immer schon mal... Schon mal etwas. Keine... Äh, der Erste-Pult ist nicht tot. Irgendwie so als zu dem Letzten, den ich hatte. Der Letzten war halt... Übelst tot. Da war halt bloß eine Crafting-Ein-Vier-Sterne-Crafting-Essence drin, die halt garantiert ist, und das war's. Und sowas bezeichnet man übrigens als, äh... Dead Multi. Mit der an der Stelle einfach mal anmerken. So, dann... Zweiter Durchlauf. Da ist der Crafting-Essence. Ein, drei Stunden weiter, den kein Schwein braucht. Bei der Pool mit den Charakteren, wenn es bloß weibliche sind, dürfte tatsächlich vergleichsweise groß oder noch sein. Wenn es nur männliche wären, wäre der vergleichsweise klein. Aber es gibt, glaube ich, auch das ein... Es gibt bloß zwei weibliche weiter? Nee, es muss sogar drei geben. Die sind so ein Fix-Zie-Ich-Andorren-Bordica. Oder wie sich jetzt scheißt, äh, spricht. Äh, noch eine Drei-Stelle-Vier-Stelle-Crafting-Essence-Ein-Vier-Sterne-Crafting-Essence-Ein-Ich-Brauch. Während ich auch bei dieser wieder die vom Event hätten kriegen... Hätte kriegen können. Finde ich nicht okay. Das finde ich okay. Das ist die dritte. Zwei noch. Da darf man ja wohl mal rechnen. Ich meine, ich kriege nochmal die Chance, sie zu ziehen. Von daher ist das jetzt nicht so das Problem, aber... Die Tickets, die ich monatlich kriege, habe ich übrigens auch schon rausgeballert. Da war auch nichts drin. Also da war überhaupt nichts drin. Obwohl, doch, eine Fünf-Stelle-Crafting-Essence war drin. Das ist ja quasi nichts. Was ich ein bisschen bitter finde, ist, dass die letzte Karte nicht hundertprozentig eine Vier- oder Fünf-Sterne-Carte sein muss. Das heißt, bei beispielsweise Dokkan-Battle hast du das halt immer anders. Da ist halt der letzte mittlerweile beim Multi, man garantiert der Fünf-Sterne-Charakter... Äh, Quatsch. Garantiert der SSR. Das ist bei uns ein Fünf-Sterne-Charakter, ja. Das ist bei Dokkan-Battle aber auch ein bisschen anders. Ah, das ist schon wieder nur eine Idee. Das müsste jetzt 10 machen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Also ich habe nicht mitgezählt, aber ich habe so das Gefühl, dass wir ein 10. Ja, das war ein 10. Okay, sehr schön. Die... Jetzt habe ich beide... Die 4- und 5-Stelle-Crafting-Essence habe ich jetzt jeweils dreimal. What the fuck, die hatte ich noch nicht? Increase on Dibuff Success Rate. Ah, ich mag... Ich kann den Charakter der SSR nicht ausstehen, aber die Crafting-Essence behalte ich mal. Vielleicht brauchen wir das ja mal. Äh. Hoppala. Mein Fehler. So, zwei haben wir noch. Das ist immer so, ich finde auch... Die Musik finde ich auch sehr passend. Die passt so ziemlich gut zum... Fürs im Ilya-Dings, weil... Fürs im Ilya-Wack-Wan-Wooker kann ich nicht nehmen. Die wird mir weggefickt, sag ich mal so. Einer der wenigen weiblichen 3-Sterne-Assassins. Ne, man ist halt echt kein männlicher Charakter drin, kann man sein. Das ist ja schon... Das müsste noch eine sein, ne? Nö. Die andere 3-Sterne-Assassin. Wow. Autsch. Ich habe gerade mit 4-Jährigen-Sets hätte geklappt. Das macht Nummer 4. Nice. Und... Incoming! Nice! Das ist doch immer schön. Ah, ich kenne den einen oder anderen, der will sich jetzt wieder pesten. Immer schon im Leben kein Glück hat, dann bitte beim Zocken. Das passt dann doch. Es sind die kleinen Dinge im Leben, man kennt das ja. Das Geilste ist, wenn sie es durch, technisch zu sehen, bringt sie mir halt nichts mehr. Die 100% Bonus-Power, die sie drauf hat, ist halt ein Dreck wert jetzt. Und das ist doch bestimmt schon wieder eine Baudica, oder? Ja. Das sage ich ja. Ich würde mir nass lachen, wenn ich noch eine ziehe. Nicht mehr in dem Multi, weil das müsste letzter gewesen sein, ja. Aber am nächsten. Könnte schon mal wert sein. Ach, die ist ja standardmäßig gelockt. Aber hey, die 3-Jährigen-Vier-Stellen-Crop-Sings-Sens, will ich nochmal haben. Ich habe keinen Bock, nochmal einen neuen Quartz zu farmen, und dann nochmal zu ziehen. Das ist ein bisschen scheiße, wenn man die bloß auf 4 von 5 davon hat. 5. Wale, warte mal. Warte, fack. Die ist 11. Die sieht nicht aus wie 11. Ich weiß nicht, ob ich nicht weiß, ob ich nicht weiß, aber... Also... In ihrem Anime ist die 11. Im Original-Fade ist Illya ein bisschen älter. Das macht es jetzt nicht besser, aber... Naja. Rein theoretisch, bräuchte ich hier nicht nochmal ziehen, aber ich will die Proftingers jetzt nochmal haben. Zumindest die 4 Sterne. Wenn die 5 Sterne zweimal noch das ziehe, wäre auch ganz geil, aber davon, darauf will man nicht hoffen. Die 4 Sterne ist tatsächlich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich die nochmal ziehe. Oh Gott. Die habe ich schon mehr als schon nochmal. Mehr als 6 Mal. Ja. Das Spiel mobbt mich doch gerade, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Craftingersence ziehe, die ich brauche, also die will, ist sehr viel höher, als dass ich die ziehe, die da halt angezeigt werden. Also der... äh... Quatsch, die Ansatzzeiten, wie die dem wird. Sehr viel höher, als dass ich die... ähm... Ja, dass ich andere 4-Stellen-Crafting-Essences sehe, die nicht gefeatwert sind. Dann würde ich dann ja schon mal anmerken, dass ich die 3-Stellen-Crafting-Essences noch keine Ahnung ist, ich habe jetzt gezogen in den 3-Modlies. Ich glaube, mein Lack ist raus. Das Spiel mobbt mich. Nachdem es mir quasi was geschenkt hat, mobbt es mich. Es müsste ja immer geben, ich kriege jetzt gerade, das hat die 4. 4-Stellen-Crafting-Essence und es ist keine von denen war gefeatured. Das ist ein bisschen bitter. Das ist ein bisschen sehr bitter. Ach, wow. Hat er eine Zeile gebraucht, dass ihr sie flicken lässt? War es das? Nö, was kommt noch? Okay, das wird auch nichts. Ja. Das wumpt mich jetzt, ich mache gleich nochmal einen Single. Nur auf einen Single mache ich. Mehr will ich nicht machen, ich würde sieben Singles machen, wäre ja so dumm. Na, nö. Okay. Damit wären wir durch. Tja. Was soll ich sagen? Ich freue mich? Moment. Burn, 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 alter. Ich kann mich nicht beschweren. Ich kann mich definitiv nicht beschweren. Sie ist jetzt kein Charakter gehabt, kein Charakter, den ich unbedingt haben muss. Muss man mich jetzt nicht falsch verstehen. Ich habe einen offensiven Cas test für Single Target. Aber es ist halt ein Limit-Charakter, die nimmt man halt immer gerne mit. Selbst wenn man sie jetzt nicht zwangsläufig braucht. Sie werden sie eigentlich komplett abfacken oder sonstiges. Dementsprechend. Ja. Die wird demnächst noch schön gelevelt. Ich für meinen Teil sage mal, hauen sie rein. Wir sehen uns beim anderen Video wieder. Dementsprechend. Ja. Tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020